werden wir. Hallo Astro-Rebellen, heute haben wir den Vollmond in Vidar. Das, was wir gerade haben, ist eine sehr intensive und durchsetzungskräftige Energie, eine feurige Energie, die sehr anregend sein kann, eine Energie der Selbstdurchsetzung. Es kann auch sehr explosiv sein, weil der Vollmond bedeutet hier, dass die Energien sich intensivieren, das heißt, Vidar, Kampf, Kampfbereitschaft, Durchsetzungsvermögen, das alles wird jetzt zusätzlich durch diesen Mond stimuliert, angeregt. Und wir dürfen nicht vergessen, dass Mars rückläufig in Vidar steht, dort, wo wir diesen Mond haben, Vollmond. Und das heißt, hier haben wir mit viel Feuer zu tun, eine dynamische Energie, die viel Aufregung jener Horoskop verursachen kann oder in Verbindung steht. Und in diesem Video werden wir uns je nach Sternzeichen und Ascendenten schauen, welche möglichen Auswirkungen, Inhalte, Personen, etc. mit diesem Mond in Verbindung stehen. Ich beginne mit Vidar. Wie wirkt sich diesen Mond bei dir aus, mein lieber wieder. Also, du bist gerade ein bisschen impulsiv oder du hast das Gefühl, du musst jetzt etwas machen, du musst eine Handlung umsetzen. Etwas ist für dich sehr wichtig und jetzt darfst du nicht zögern, sondern du musst eine Entscheidung treffen, du musst aktiv werden, du musst handeln, damit eine Sache geklärt oder gelöst werden kann, falls du ein Problem hast, eine ungünstige Situation, dann musst du jetzt tätig werden. Und zwar für die nächsten zwei Wochen nach diesem Vollmond, also bis Mitte Oktober, hast du viel zu tun. Und wenn du dich zurückziehst und wartest, dass alles von alleine funktioniert, wird aber nicht passieren, du musst tätig werden. Und das beinhaltet manchmal eine gewisse Aggressivität. Aggressivität ist nicht immer schlecht, ein bisschen braucht man, aber man muss das richtig umsetzen, denn alles hat seine Rechtfertigung irgendwo. Die Frage ist, wie mache ich etwas? Wo mache ich es? Mit wem? Das sind die Fragen. Aber prinzipiell haben wir mit einem feurigen Einfluss zu tun. Das regt dich an. Das kann dich aber ein bisschen durcheinander bringen, wenn du nicht vorsichtig bist oder wenn du mit deinen eigenen Kräften nicht vernünftig umgehst, mein lieber wieder. Das ist für dich besonders wichtig. Und es ist auch wichtig, dass du zwischen Traum, zwischen Vorstellung und Realität unterscheiden kannst, sodass du dich vorwärts entwickeln kannst, sodass du dich besser entfalten kannst, ohne dass irgendwelche Hindernisse dir zeigen müssen, Mensch, du hast eine falsche Entscheidung getroffen, weil du hast dich irgendwelche Dinge vorgestellt, die nicht die Wahrheit entsprechend sind. Und deswegen muss man sich hier bestimmte idealistische Vorstellungen, man muss diese zur Seite legen, die Wahrheit erkennen und dann handeln. Ja? Also zuerst denken und dann handeln. Das ist ganz wichtig für alle wieder, weil ansonsten würde man hier einen Fehler begehen, vor allem jetzt mit diesem Vollmond im Oktober. Dann haben wir das Sternzeichen Stier. Und bei Stier ist das Gegenteil wie bei Wider. Also Wider muss sich durchsetzen, ja, kampfbereit sein. Bei Stier ist das Gegenteil. Das heißt, man sollte sich eher zurückziehen, nur das Nötige machen, sodass man sich auf seine seelischen Komponenten fokussiert. Die Psyche, Dinge aus der Vergangenheit, die geklärt werden sollen. Also man hat sehr viel zu reflektieren, sehr viel nachzudenken. Und es gibt bestimmte Gefühle, die wieder auftauchen. Und man darf sich aber nicht zu sehr aufregen mit diesem Vollmond in diesem Bereich, wo alle Stiere diesen Mond haben. Es kann sein, dass man hier Schlaflosigkeit hat. Wie gesagt, die Auswirkungen von diesem Mond sind immer zwei Wochen nach dem exakten Mond. In diesem Fall Vollmond. Und man sollte mehr auf seine Intuition hören, bevor man handelt. Man sollte auch nicht denken, es gibt nichts, was ich machen kann. Es ist alles schon da und ich mache gar nichts. Das wäre auch falsch. Also ich sage, ihr sollt sich zurückziehen, alles überlegen, aber das heißt nicht, dass man untätig sein wird. Es ist wichtig, dass man etwas tut, wenn man eine Situation ändern will, die ungünstig ist, aber man sollte mit seinen Kräften vernünftig umgehen. Das heißt, man sollte hier zwischen Traum und Wahrheit unterscheiden. Das ist auch für Stier wichtig, sodass man seine Kräfte fokussiert anwendet. Denn man hat die Tendenz mit dieser Konstellation einfach Dinge zu machen, die nichts bringen. Okay? Und das ist besonders wichtig für Stier, dass man hier bestimmte Dinge aus der Vergangenheit Gefühle, die auftauchen können, heilen kann und dass man sich auch auf das Wesentliche fokussiert, sodass man doch etwas in seinem Leben bewirken kann. Dann haben wir das Sternzeichen Zwillinge. Zwillinge bekommt mit diesem Mond ein Gefühl der Freiheit. Denn wir haben Mars die ganze Zeit im Wider. Das ist das elfte Haus von Zwillinge. Und das bedeutet hier, dass man endlich mal ein Gefühl der Erlösung hat in seinem Leben. Dass man das Gefühl hat, jetzt ist die Zeit, wo ich meine Meinung direkt sagen kann, unabhängig davon, was andere Menschen davon halten. Jetzt sind bestimmte Dinge nicht so wichtig. Dinge, die vielleicht in der Vergangenheit wie so eine Art Einschränkung waren. Das betrifft Menschen oder Situationen oder Gefühle. Jetzt ist das nicht mehr wichtig. Und jetzt steht der Fokus auf deine Eigenständigkeit. Auf dem, was dich besonders macht als Mensch. Weil du musst auch erkennen, wer bin ich eigentlich? Unabhängig von der Gesellschaft. Wer bin ich? Und jetzt ist dieses Bild ein bisschen klarer, meine liebe Zwillinge. Und das ist die Freiheit. Dann hast du dieses Gefühl der Freiheit, weil dann weiss ich, okay, das bin ich, das will ich umsetzen. Und das kannst du auch. Und das wird dir mit diesem Vollmond noch klarer. Okay? Dann haben wir Krebs. Bei Krebs haben wir das Thema Berufung, beruflicher Umfeld. Wir haben das Thema Behörde, amtliche Wege, die man hier zu gehen hat. Konflikte mit Vorgesetzten, die jetzt gelöst werden müssen, die geklärt werden müssen. Konflikte mit Familienmitgliedern. Das Thema Wohnsituation, Haus, Wohnsituation. Das kann auch sehr wichtig für alle Krebs sein. Und möglicherweise muss man hier handeln. Man muss tätig werden. Man darf keine Angst haben, oh, wenn ich meine Meinung sage, wenn ich mit bestimmten Leuten sprechen muss, die mehr Autorität als ich haben. Oh, dann habe ich ein bisschen Angst. Man darf keine Angst haben. Man sollte, wenn man Angst hat, sich in Richtung Angst bewegen und diese überwinden. Aber man darf sich einfach nicht verstecken. Das ist ganz wichtig. Man darf sich nicht verstecken und erwartet, dass andere die Initiative ergreifen, mein lieber Krebs, sondern du musst die Initiative ergreifen. Du musst tätig werden, wenn du ein Problem hast mit Vorgesetzten, mit Amt, mit Familie. Die Dinge müssen geregelt werden und das wirst du auch machen. Und du hast auch sehr viel zu tun, sehr viel Verantwortung. Das musst du dir im Klaren sein. Du hast sehr viel zu regeln, sehr viel Verantwortung. Und wenn du an dich selbst glaubst, wirst du das alles schaffen. Davon bin ich sehr überzeugt. Dann gehen wir zum Thema Löwe. Löwe hat es gut mit diesem Vollmond in Wider, denn das neunte Haus, da wo der Mond stattfindet, ist ein glückliches Haus. Also, mein lieber Löwe, jetzt nutze die Gelegenheit, bitte, die Möglichkeiten zu erkennen, die du nutzen kannst. Weil es gibt mit diesem Vollmond bestimmt viele Möglichkeiten, dich zu entfalten, dich weiterzubilden, zu verreißen, mehr Spaß in deinem Leben zu haben. Also, es gibt bestimmt etwas Positives in deinem Leben und darauf solltest du dich fokussieren. Und auch dankbar sein. Dankbarkeit ist für Löwe gerade extrem wichtig, dass man erkennt, Mensch, was habe ich in meinem Leben Positives. Es muss immer etwas Positives geben und darauf konzentrierst du dich jetzt. Nur dann wirst du erkennen, welche Aufgabe du in diesem Leben zu erfüllen hast. Nur wenn du dankbar bist. Denn ansonsten fokussierst du dich nur auf dein Ego. Konzentrierst du dich nur auf vergängliche Dinge, die vielleicht nicht wichtig sind. Hier mit Mars in diesem Bereich deines Horoskop, mit Mond musst du die höhere Wahrheiten deines Lebens erkennen, sodass du dich freuen kannst und die Möglichkeiten, die du hast, die zum Positiven führen, besser nutzen kannst. Das Thema Bildung, Lernen, höhere Bildung, Reise. Das scheint für dich eine Priorität zu sein und alle diese Dinge werden dir jetzt in den nächsten zwei Wochen bis Mitte Oktober bewusster. Okay, lieber Löwe. Dann gehen wir zum nächsten Zeichen, das ist dann Jungfrau. Liebe Jungfrau, sei bereit für unerwartete Veränderungen. Sei bereit um bestimmte Konflikte, die mit anderen Menschen entstehen können in den nächsten zwei Wochen. Ja, weil hier kann man auch mit anderen Menschen in Situationen involviert sein, wo man das Gefühl hat, man hätte keine Kontrolle. Es hängt vieles von dem ab, was andere entscheiden. Aber du hast die Kontrolle, du solltest einfach nur klar darstellen, was du möchtest, was du willst. Du musst direkt sein zu den Menschen und sagen, ich will das, ich will jenes. Ohne Angst. Oder du musst tätig sein, du musst tätig werden, unabhängig von einem anderen. Weil es geht hier um einen gewissen, sag ich mal, Kampf. Ja? Es gibt vielleicht ein Geld, was jemand dich bezahlt, bezahlen muss, zurückbezahlen muss. Das Thema Erbe kann auch vorkommen. Und das nur, also nicht nur jetzt im Oktober, sondern auch bis Ende des Jahres hast du das drinnen. Du hast Mars in einem Bereich deines Horoskops, die mit dem Thema Steuer, Erbe, geteilte Ressourcen zu tun hat. Und jetzt im Oktober dürfte sich etwas in deinem Leben in Bewegung setzen, die mit diesen Themen verbunden ist. Das Geld meines Partners, meiner Partnerin, wenn du in einer Beziehung bist. Steuer, Erbe. Also, diese Themen können für dich wichtig sein, meine liebe Jungfrau. Und falls du es so schwierig hast, dass du diese psychologischen Probleme, diese Depression und diese Angst nicht überwinden kannst, wenn du dieses Gefühl hast, ich bin immer da, ich kann dich unterstützen. Okay? Falls du es möchtest. Ja? Dann haben wir das Thema Waage. Und bei Waage ganz klar geht es um das Thema Partnerschaft. Partnerschaftliche Arbeit. Zusammenarbeit. Zusammenarbeit mit anderen. Fairness in einer Beziehung. Du musst dich fragen, ist dieses Verhältnis, was ich führe mit einem Menschen, mit einer Firma, etc. Ist das fair genug? Werde ich fair behandelt oder nicht? Man muss hier wirklich hart sein. Weil ansonsten konnte man nicht durch. Ja? Also, ich weiß, dass Waage immer nett sein möchte. Hahaha. Immer lachen. Aber manchmal muss man sich durchsetzen und sagen, das geht so nicht weiter. Okay? Und das ist sehr wichtig, damit man nicht ein ungünstiges Verhältnis in die Länge zieht. Es muss irgendwo, irgendwann eine Entscheidung treffen, dass man einen Schnitt hat und sagt, bis heute ist das vorhanden. Jetzt werde ich tätig. Und wenn es eine Trennung geben muss, dann muss eine Trennung geben. Wenn man seinen Job weglassen muss. Jobwechsel kann auch hier vorkommen. Dann muss man das alles umsetzen. Je nach Situation, je nach Leben, je nach Kontext. Ja? Ich kenne eure individuellen Horoskope nicht. Aber hier bei Waage geht es um Zusammenarbeit, Verhältnisse, die vielleicht nicht die beste sind. Oder es kann auch sein, dass man hier eine Zusammenarbeit mit anderen Menschen jetzt beginnt. Das Thema Vertrag, Verträge, legale Situationen können hier auch bei Waage von Bedeutung sein. Dann gehen wir zu Skorpion. Also bei Skorpion, es ist so, dass man seit langem, seit einigen Monaten eine ungünstige Situation in seinem Leben hat. Es kann sein, dass diese Situation gesundheitlich bedingt ist. Muss aber nicht sein. Es kann auch mit dem Job, mit dem Alltag zusammenliegen, dass man in seinem Alltag unglücklich ist. Jetzt haben wir diesen Vollmond dort. Das heißt, man hat genug von einer Situation. Man hat genug von einer Lage, gesundheitliche Lage, finanzielle Lage. Jetzt sollte man neue Dinge in Gang setzen, eine Handlung vollziehen, die vielleicht eine gewisse Unsicherheit mit sich beinhaltet oder mit sich bringt. Aber man sollte trotzdem tätig werden. Ja? Auch wenn man keine Garantie hat, dass irgendwas nicht funktioniert, muss man hier etwas tun, um seine Gesundheit zu verbessern. Seine Verdauung, weil das sechste Haus, da wo der Mond ist, bei Skorpion, ist auch das Thema Verdauung. Und wenn du Verdauungsprobleme hast, Magenprobleme hast, das ist eine psychosomatische Sache. Das heißt, du kannst die Situation, die du gerade hast, kannst du nicht verdauen. Und es wäre die Zeit, diese Situation zu verändern, mein lieber Skorpion, damit du rauskommst. Ich weiß, es kann, also vielleicht geht es nicht von heute auf morgen, aber du hast noch Zeit bis Dezember. Im Januar hast du eine ganz neue Geschichte und dann hast du sowieso eine Veränderung in deinem Leben. Das sechste Haus bedeutet auch, dass man sich neu organisieren sollte. Du musst dein Leben besser organisieren, deine Zeit besser einteilen, sodass du deine Kräfte effektiver in deinem Alltag umsetzen kannst. Und es kann sein, dass du Konflikte mit Arbeitskollegen hast. Konflikte mit Feinden sind auch möglich im Oktober mit diesem Mond. Okay? Dann haben wir Schütze. Schütze hat es auch, genauso wie Löwe. Hat es auch gut mit diesem Vollmond. In einem Bereich des Horoskops, welcher mit Liebe verbunden ist, Liebe, Affären, Flirten, Spaß, Hobbys, eigene Projekte, die eigene Selbstständigkeit beruflich. Das alles erfordert Action. Ja? Erfordert eine Entscheidung, die du treffen musst. Alles, was ich genannt habe. Okay? Aber du solltest dich auf eine Sache fokussieren. Also fokussiere dich auf ein Thema, auf eine Person. Du solltest erkennen, was du willst. Wenn du das nicht erkennst, dann wirst du nicht das Beste aus dieser Konstellation, die du jetzt im Oktober hast mit diesem Vollmond machen. Du wirst nicht das Beste daraus machen können. Es ist wichtig für alle schützen, dass man weiß, was man will. Das ist auch im beruflichen Bereich von großer Bedeutung, wenn man ein Projekt hat. Das Thema oder ein neues Projekt im Gang setzen will. Das Thema Kinder, Bildung, Bildung kann auch hier von Bedeutung sein. Elternteile können neue Situationen mit seinen Kindern erleben, die nicht gerade toll sind, weil man muss sich hier anstrengen, damit man erfolgreich bestimmte Situationen meistern kann. Dann haben wir das nächste Thema. Also dann haben wir das nächste Zeichen, das ist Steinbock. Bei Steinbock geht es um das Thema Wohnsituation, geht es um das Thema Familie, geht es um das Thema innere Zufriedenheit, innerer Frieden und das hat man zurzeit gar nicht mit Mars in diesem Lebensbereich, wo Mars steht mit dem Mond, Vollmond. Das heißt, man ist sehr aufgeregt. Man kann auch Konflikte haben mit seinen Mitmenschen, Machtkämpfe können auftauchen. Also man kann auch ein bisschen beunruhigt sein oder angespannt, weil vielleicht hat man im Oktober einen wichtigen Termin und dann ist man sehr nervös. Und ich würde euch empfehlen, Steinböcke, beruhigt euch. Ihr sollt sich beruhigen. Ein bisschen Meditation, ein bisschen rausgehen, spazieren gehen. Also ihr braucht ein bisschen mehr Ruhe und für sich selbst zu sein. Sonst wird man explodieren. Das ist auch nicht die Idee. Also das ist sehr gefährlich mit Mars im vierten Haus, mit Mond, Vollmond im vierten Haus. In wieder kann gefährlich sein. Man kann Konflikte haben. Unüberlegte Reaktionen können hier auch auftauchen. Also vorsichtig, mein lieber Steinbock, mit solchen Reaktionen. Du solltest dich ein bisschen beruhigen, tief ein- und ausatmen. Ja, ganz wichtig, weil ich weiß, du bist gerade in eine schwierige Phase, vor allem jetzt im Oktober. Aber ich kann dir sagen, du schaffst alles, solange du dich beruhigen kannst. Solange du auf dich selbst achtest, auf dich selbst mehr achtest, sodass du mit viel Ruhe alle Situationen meistern kannst, die in deinem Leben zu meistern sind. Dann gehen wir zum nächsten Zeichen. Das ist Wassermann. Lieber Wassermann. Oje, oje. Das bringt dich durcheinander, dieser Vollmond. Also du hast eine Zunahme an körperlichen Kräften. Du hast eine Zunahme an geistigen Kräften. Du hast wahrscheinlich viel Papierkram. Du hast wahrscheinlich viel zu lernen. Und wenn du unterwegs bist, dann hast du viel Hektik. Und ähnlich wie bei Steinbock. Es ist schwierig, weil man kann sich nicht beruhigen. Man hat Konflikte ohne Ende. Man hat Probleme mit Nachbarn. Wenn man Geschäfte führt, ja, Kauf, Verkauf von Waren. Man hat Probleme ohne Ende. Das kann vorkommen. Muss aber nicht sein. Man kann auch Diskussionen, lange Diskussionen führen, die nichts bringen. Das dritte Haus ist Sprache. Lernen. Papierkram. Unterwegs sein. Körperbewegung. Passe bitte auf im Oktober, dass du keinen Unfall aufbaust. Also vorsichtig, lieber Wassermann. Und fokussiere dich auf die Entwicklung von Mut. Du musst mutig sein, aber nicht aggressiv. Aggressivität würde nichts bringen, aber du musst den Mut haben, das zu regeln, was zu regeln ist. Auch wenn du viel Papierkram regeln musst. Auch wenn du was zu lernen hast. Bitte sei vernünftig mit deinen Kräften, sodass du diese Spannungen, diese geistige Spannungen und Aufregung, sodass dich das nicht kaputt macht. Okay? Und dann zu Ende bin ich bei Fische. Also Fische, bei dir geht es letztendlich um das Thema Ressourcen, das Thema Geld besitzt. Und da können auch Konflikte auftauchen wegen Geld. Dein Einkommen kann auch ein wichtiges Thema sein jetzt im Oktober mit diesem Vollmond. Vielleicht musst du etwas auszahlen. Vielleicht kommt das Thema Steuer zur Frage. Und du machst auch sehr körperliche Bewegung. Das heißt, vielleicht bist du sehr körperlich belastet. Und du solltest darauf achten, dass du nicht so viel machst. Körperlich. Körperliche Bewegung. Weil sonst gehst du kaputt. Das kann auch deine Gesundheit schaden. Achte bitte auf deine Ernährung, denn ansonsten könntest du Probleme mit Magen, Darm haben. Das kommt oft vor mit dieser Stellung von Mond und Mars. Also Vollmond in Wider, Mars rückläufig in Wider. Kann auch vorkommen, denn das zweite Haus betrifft das Thema Ernährung, das was du isst. Und hier solltest du besonders darauf achten, denn ansonsten könntest du Probleme mit Magen, Darm haben. Das zweite Haus, wie gesagt, ist dein Körper, deine Ernährung, aber auch das Thema Geld besitzt. Wie gesagt, das ist das Erste, was hier in Frage käme mit diesem Vollmond. Entweder vielleicht machst du eine große Geldinvestition oder irgendwas im Bereich des Berufes kann sich verändern und dann musst du dich Gedanken machen, ja, wie kann ich jetzt meinen Lebensunterhalt versichern. Lebensunterhalt. Das kann auch ein Thema sein für alle Fische. So meine liebe Astorrebelle mit diesen Aussagen bin ich fertig mit dem Vollmond in Wider. Wie gesagt, wir haben Mars rückläufig bis zum Ende des Jahres. Mars rückläufig bis zum Ende des Jahres. vais jes енты